recht herzlich willkommen zur vierundvierzigsten folge von towns die zweite staffel ja wir sind wieder drin wir gucken wieder weiter was hier so passiert oder nicht letztes mal hat uns dann der händler verlassen weil wir das alle hatten ich sehe gerade das letzte fass ich glaube das war hier ist eine vorletzte nicht letztes vorletzte fass ist auch da müssen wir überlegen was da rein kommen könnte alles bis auf fisch noch fleisch hat man glaube auch schon in irgendeinem anderen fast dann nehmen wir das nicht das mehl will ich da auch nicht drin haben das hähnchen auch nicht da mal oder zucker rein milch zuckerrohr und das getreide will ich da auch nicht drin haben passt wo wir haben zwei neue mitbewohner bekommen das doch schön da müssen wir gleich mal reingucken dass die auch was zum anziehen kriegen da und da ich hoffe die laufen jetzt nicht irgendwo in die tiefsten katakomben oder nicht größten monster sind wir haben ja aber noch rotes sollte eigentlich auch möglich sein dass sie das anziehen auch ich glaube jetzt sind alle fässer da ja was machen wir da rein gute frage weiß ich jetzt gar nicht dann machen wir hier den fisch den wir nicht haben rein oder wie ja komm irgendwann setzt mal irgendwo einen hin zum angeln und dann passt das mit dem fisch auch mehl ist da ist nix sonst apfel und zweimal brot ist da drinnen wollen wir das nicht hier auch noch machen das ist ja ein lager glaube das so ist na das nicht abflumbieren da nix da auch nix ok prepared food barrel können da ja auch eine weiß man nicht wo sie sie hernehmen aber egal vielleicht sehen wir ja dass dann fast rein kommt so jetzt müssen wir noch wieder warten ein bisschen dass hier noch was gebaut wird happiness ist 14 hier können paar kerzen noch hin da ist auch gerade ein engel kommen wunderbar 15 überall ist schon was gebaut da würde ich gerne eigentlich das dach fertig machen aber wir wollen erst mal gucken dass wir hier alles andere so ein bisschen in den griff kriegen sie das denn hier unten mit kerzen aus hier sind keine mehr zu setzen hier sehe ich auch gerade keine glaube unten die sind auch ziemlich fertig alle geworden darum haben wir noch plätze frei für beerdigung und so ja sieht doch gut aus ja was ist das wenn was passt wohl schon das ist ja auch fertig hier 15 wie sieht es hier eine etage tiefe aus ja eine ist nicht sondern mehrere aber passt schon auch hier ist alles im grünen bereich eigentlich gehen wir noch mal hier hin ob ich da irgendwas abbaue ist die frage schiff das da jetzt war schon wieder anders wollen wir ja gar nicht eigentlich naja lassen man die zwei steinchen da noch so wie sieht es aus erstens plan sechs brote das ist gut drei äpfel drei bieren auch gut passt hier ist überall deko oder auch hier ist ein bisschen schwierig mit deko das passt alles okay wo das nun abflacht die brote sind in einer kiste oder anderen fass okay alles gut so hier muss noch was gebaut werden hier auch keine ahnung was warten muss mal ab oder hier muss noch zwei drei kerzen da ist aber jemand der baut gerade was wahrscheinlich auch eine kerze gehe ich von außerhalb da geht doch eine rüber getragen oder das war eine blume keine kerze okay aber auch gut da kommt wieder eine kerze und jetzt nur eine blume hier noch mal das fertig oder da kommt noch eine blume dann ist die arena fertig sollte hier unten vielleicht noch was passieren dann ja warten wir mal ab oder das macht die happiness 18 steigt auch schon mal die hälfte von 36 gucken dass wir es hinkriegen können wir einen tacken schneller machen da werden die tiere gefüttert und jetzt verbrennt man auch knochen vielleicht auch nicht so schlecht ne da wird auch wieder ein knochen weggebracht gut ist das der nächste kommt und da fehlen zwei bäume oder so ne ach da wird gerade gemacht im ofen passiert eigentlich dass sie die knochen auch beseitigen das auch gut dann sieht es gleich viel schicker aus oder was macht die happiness dabei steigt 21 jetzt wird es dunkel geht die happiness darunter wenn es dunkel wird ist jetzt nicht rechts wird gegessen schläft jemand und 20 ein tiefer macht er hätte kuh gemolken oder passt schon 20 der ofen wird genutzt weiß noch nicht was wir machen feuerholz oder so keine ahnung ne die werden einfach nur verbrannt ne ja aber sind gleich keine mehr da das doch auch gut dann sieht das ja auch wieder schicker aus vielleicht steigt dann auch hier guck 22 geht langsam hoch der negative effekt ist dann gleich weg vier mal knochen ne fünf mal sehe ich ach da oben ist irgendwo auch noch was geholt worden gerade wir holen schon irgendwo anders die knochen weg ne ist ja auch nicht verkehrt 21 spitzenwert war 22 24 da holt einer was ne hat da ein holz hingelegt keine ahnung warum da wird ein knochen verbrannt lass uns mal gerade gucken 23 aber sogar 24 und die beiden haben schon was an ne der eine nicht doch der hat auch was da ne geht das ist aber nicht so gut ne dass da nicht alles schon fertig ist äh mal gerade mal gucken haben wir das ausgewählt ja das wird einmal alles gemacht und wie sieht das mit Waffen aus spezialwaffen die smith haben wir auch lass uns das mal machen ich glaube das ist eine ganz gute Waffe 24 ist die happiness die knochen bis auf den da ist schon weg ok ja hier sieht es glaube ich auch ganz schön aus da wird wieder ein knochen geholt wer weiß wo weg da liegt auch einer der sterben glaubt so und dann liegt das da auch irgendwann ne und da wird auch was wieder geholt an knochen und kommen auch weg ja die räumen gut auf 24 von 36 alles gut zwei brote zwei äpfel vier brote und zwei bieren momentan würde ich sagen haben wir zu wenig getreide ne vielleicht sollten wir da nochmal nachlegen schauen wir mal so haben wir ja alle geschafft einer kommt dazu fast alle umgegraben so den letzten jetzt noch ich finde das ist 25 so jetzt können wir da Getreide einpflanzen so ach so Getreide wollten wir machen habe ich das jetzt vergessen guck so zu wie die wuseln 26 ja Getreide wird schon gemacht alles gut hier unten was passiert ich glaube nicht hier auch nicht gut dann gehen wir mal zurück mit da werden wieder knochen verbrannt ok 26 vier brote vier bären drei äpfel aber sonst noch nix Getreide ist in dem Sinne ein bisschen knapp gerade äh depo outdoor und shift-taste so das kann man so groß bauen ok gut so wieder eine ganze weile gewuselt aber 29 werden sie wir haben nicht mehr so viele bauaufträge ok musste hier wieder welche machen ist klar ne michael hat noch gesagt mach es nicht ein bisschen was passiert hier schon noch ok und noch ein paar felder aber sonst ist auch schon fast alles erledigt oder das waren jetzt blaue blümchen die dahin müssen ähm äh äh 33 von 36 das ist ja auch noch nicht schlecht ne warum kamen da gerade so viele ist ja echt gewaltig aus oder äh was war das für ein Jingle das waren doch jetzt hier 18 hatten wir doch schon äh hält ist da einer gestorben oder und wie ist die app jetzt jetzt 44 das ist ganz schön viel ne also machen wir mal an und passt aber hier irgendwie wird nicht nach produziert oder was wollen wir da nichts mehr haben oder woran liegt es äh rote kugeln sind hier also kann man das auch herstellen hm komisch was hier gebaut werden soll weiß ich jetzt auch nicht schon so lange her müssen wir gucken da steht noch eine Harfe rum ja aber lassen wir mal so ne sonst haben wir da ja wieder so einen Wust zum bauen das ist auch nicht gut ist ja noch irgendwas getan er steigt weiter 20 aber diese hier die haben noch gar keine Rüstung hm aber da war doch jetzt hier nichts besonderes oder Spider Red Set Iron Spider Red ja passt doch alles und das Spider Red liegt doch hier oder habe ich mich jetzt irgendwie vertan nein naja ok wird schon werden hier hat sich jetzt nichts geändert um den Ofen rum auch nicht hier wird Getreide abgebaut das passt 18 ist wieder ein bisschen runter gegangen äh ist auch einer gestorben glaube ne na super das hat ja wieder gut geklappt gut ok aber ich würde sagen für die Folge soll es auch wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann da tschüss Vielen Dank.